Der Unicorn of the Week bist du. Du. Ja, du. Ladies and Gentlemen, please welcome! 15.000 Likes auf Facebook und fast 3.000 Besucher beim letzten Spiel. Das ist eine besondere Widmung an dich wert. Du gehst mit uns durch dick und dünn, bei Regen und bei Sonnenschein. Danke. Danke schön. Vielen herzlichen Dank und auch ein großes Dankeschön an meine Mama und mein Papa, die seit acht Jahren jedes Heimspiel dabei sind. Danke, Mom, für mich unterstützt. Und ich bin sorry, dass ich das auf meinem Gesicht habe. Ich werde es schaue, wenn ich nach Hause komme, wenn wir gewinnen. Obrigado. Grazie. Merci. Teşekkürler. Thank you. Und nicht vergessen, das Finale steht an und wir brauchen deine Unterstützung. Wie du das am besten machst, siehst du im nächsten Video.